Hi meine Lieben und herzlich willkommen zurück. Ich habe euch heute wieder ein Häkelmuster mitgebracht und zwar ist es diesmal das Bambusmuster. Das finde ich echt ganz cool. Ihr braucht dafür eine Luftmaschenkette, welche teilbar ist durch 4 und zwei Farben. Die Farbe in der ihr anfangen könnt ihr euch natürlich aussuchen, das ist natürlich eure Sache dann. Wenn ihr die Luftmaschenkette habt, teilbar durch 4, dann macht ihr in die vierte Luftmasche ab der Nadel noch ein Stäbchen. Also 1, 2, 3, 4. Nach dem Stäbchen macht ihr 2 Luftmaschen. Lasst unten 2 Luftmaschen aus und in die folgenden 2 Luftmaschen dann jeweils ein Stäbchen. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 4 und das wiederholt ihr jetzt einfach immer. 2 Luftmaschen und in 2 Luftmaschen auslassen und in die folgenden 2 Luftmaschen jeweils ein Stäbchen. Einmal zweimal solange bis ihr am Ende angekommen seid und in die letzten beiden noch 2 Stäbchen. So. Jetzt ist es wichtig dann jetzt ist es dann wichtig dass ihr dann die Schlaufe hier von dieser Farbe sichert und zwar diese hier. Entweder zieht ihr die wirklich ganz lang oder ihr machten Maschenmarkiereien oder irgendwas was halt stoppt dass der Faden sich nicht wieder da zurück durchziehen kann. So schaut das Ganze jetzt erstmal aus. Dann nehmt ihr die Farbe B also die zweite Farbe und jetzt fangen wir wieder hier an. Ihr könnt jetzt erstmal entweder extra eine Schlaufe machen zum Beispiel oder gleich ohne extra Schlaufe anschlingen. Das könnt ihr halten wie ihr möchtet. Auf jeden Fall. Jetzt muss ich aus der Schlaufe natürlich raus. Und wir schlingen hier oben an der dritten der Wendeluftmaschen der Vorreihe an. Also ihr häkelt im Prinzip jede Reihe zweimal. So. Einmal hier durch. Dann macht ihr zwei Luftmaschen. Dann lasst ihr diese beiden Stäbchen hier natürlich aus und hier in diese zwei Luftmaschen werden jetzt zwei Stäbchen gehäkelt und zwar ihr macht den Umschlag stecht unten ein und holt dann den Faden hinter den oberen Luftmaschen auch. Also die oberen Luftmaschen werden quasi eingehäkelt. So. Ein Stäbchen und noch das zweite Stäbchen. Auch wieder. Dann einmal hier komplett hinter der Arbeit rum, damit die anderen zwei Luftmaschen eingehäkelt werden. So. Dann macht ihr zwei Luftmaschen und dann dasselbe wieder diese beiden Stäbchen hier auslassen und hier in die zwei freien Luftmaschen unten wieder Stäbchen rein und die zwei oberen einfach so quasi mit einhäkeln. Einmal, zweimal und noch einmal. noch ein Stäbchen noch ein Stäbchen hier unten und die oberen zwei wieder mit einhäkeln. Halt, jetzt bin ich rausgerutscht. So. Einmal. Und zweimal. der ganze Spaß sieht dann erst mal so aus. Jetzt machen wir zwei Luftmaschen und ziehen dann die Schlinge von der vorherigen Farbe hier durch und ziehen die einfach fest. dann ist die hier unten auch fest. Halt, falsch. Falsche Farbe habe ich in der Fall. So. Einmal schön anziehen. So. Das war jetzt die Grundreihe. Jetzt kommen wir zur Reihe eins. Dann haben wir drei Wändeluftmaschen. Eins, zwei, drei. Jetzt machen wir ein Stäbchen hier in das untere Stäbchen natürlich und häkeln hier oben die Luftmasche wieder mit ein. Gucken, dass ich ins Richtige einsteche. So. Und noch ein Stäbchen häkeln. So. Dann natürlich zwei Luftmaschen. Die zwei lilanen Stäbchen auslassen und dann wieder hier in diese zwei rosa Stäbchen jeweils Stäbchen. Das rollt sich ein bisschen ein. Deshalb müsst ihr immer ein bisschen gucken, aber das ist eigentlich nicht schlimm. Und die oberen zwei Luftmaschen werden wieder eingehäkelt. So. Einmal. Zweimal. Dann wieder zwei Luftmaschen. Dann wieder in die nächsten Stäbchen. Einmal. Einmal. Zweimal. Dann wieder zwei Luftmaschen. Eins, zwei. Und hier noch einmal in das Stäbchen. und dann einmal wenig streiten. Ich mache hier gerade Video. Und dann noch ein Stäbchen in die dritte der Wende Luftmaschen. Bevor die andere Farbe auch schon angeschlungen haben. Da ist aber noch Platz. Da passt noch ein Stäbchen rein. So. Dann die hier wieder sichern. Ich habe hier einen Fehler gemacht. Ihr müsst gucken, dass der auch hinter der Arbeit gewesen wäre. das ist jetzt mein Fehler. Also der muss eigentlich hinter der Arbeit sein. Dann macht ihr damit eine Kettmasche. Also bevor ihr dann hier das Stäbchen macht, muss der auf jeden Fall auch hinter der Arbeit sein. Jetzt tun wir mal so als wäre dahinter. Dann eine Kettmasche in die dritte der Wendeluftmaschen. Ihr könnt euch aussuchen, lasst ihr hier eine Schlinge über oder schlingt ihr das einfach so mit an. Ich mache das lieber so, weil dann habe ich nicht so viele Schlingen umeinander fahren die ganze Zeit. Dann zwei Luftmaschen. Dieses Stäbchen natürlich auslassen und hier in diese beiden Stäbchen wieder auch jeweils ein Stäbchen. Einmal zweimal Also ich weiß nicht ich muss sagen ich finde das Muster ganz cool aber ich weiß nicht dass das wirklich gut ausschaut das ist schon ein gutes Stückchen Arbeit. Ich habe das mehrmals gemacht und es sah jedes Mal anders aus weil ich variiert habe auch mit dem wie fest ich gehekelt habe wie fest ich den Faden angezogen habe und alles So dann wieder die Stäbchen 1 2 dann wieder die Stäbchen hier häkelt ja quasi die eine Reihe doppelt das wiederholt ihr jetzt einfach immer das dürft ihr jetzt mal ausprobieren ich mache es auch und dann sehen wir uns gleich wieder so ich habe ein Stückchen gestrickt so schaut das Ganze dann aus und jetzt zeige ich euch noch wie man eine Abschlussreihe hinkriegt und noch ein Tipp wenn ihr euch das hier durch holt und seid ihr und dann habt ihr quasi die Kettmasche im Prinzip und dann reicht noch eine Luftmasche mehr braucht ihr nicht aber das brauchen wir jetzt nicht und zwar ihr habt jetzt hier die Masche dann geht ihr durch das nächste Stäbchen macht eine Kettmasche dann macht ihr hier die Stäbchen ganz normal rein so dann macht macht die zwei rosanen Stäbchen macht ihr jeweils eine Kettmasche einmal zweimal dann wieder zwei Stäbchen hier in die Stäbchen Stäbchen wieder in die zwei rosanen Stäbchen jeweils eine Kettmasche zweimal dann wieder Stäbchen in die Stäbchen dann in das folgende Stäbchen noch eine Kettmasche dann die Schlaufe von der anderen Farbe durchziehen so dann könnt ihr ein Stück weiter abschneiden das muss dann natürlich noch vernäht werden und dann würde ich euch empfehlen dadurch dass das hier ja nicht ganz so schön aussieht am Rand würde ich einmal noch mit der ersten Farbe einmal drum rum gehen damit es einfach ordentlich aussieht so könnt ihr zum Beispiel auch hier die die übrigen Fäden verhäkeln ich mache eine Luftmasche erstmal und dann kann man einfach ganz schön einmal außenrum gehen einfach mit festen Maschen einmal außenrum so dadurch dass das ja sowieso die Außen Farbe ist gut ihr könntet auch mit dem lila außenrum aber dann geht euch dieses eine Stäbchen ab ganz außen und das wäre auch ein bisschen ärgerlich dann finde ich ich will doch eine feste Masche also einfach einmal dann in festen Maschen außenrum dann sieht das ganze nochmal ein Stückchen ordentlicher aus jetzt habe ich so viele Stäbchen gehäkelt dass ich nur noch Stäbchen im Kopf habe ihr könnt es natürlich auch so lassen wenn ihr das irgendwie zusammennähen wollt aber ansonsten würde ich euch wirklich empfehlen dann noch einen Rand hin zu machen damit es einfach schön und ordentlich aussieht jetzt habe ich mal ein bisschen vorgemacht und dabei geplappert also ihr könnt jetzt entweder könnt ihr das so machen ihr macht einfach in jedes Stäbchen drei feste Maschen also ihr seht hier ihr habt hier einmal einen Querfaden hier ihr macht eine feste Masche vor dem Querfaden des Stäbchens und zwei danach zwei ich zeige euch jetzt gleich noch aber wie ihr es auch anders machen könnt noch dann habt ihr immer wie so eine Art Bogen ihr könnt aber auch noch ich zeige es euch hier jetzt beim letzten hier noch in die Mitte einstechen wo eben auch das Lila mit drin ist und habe dann anstatt immer so eine Art Dreierbogen nochmal eine feste Masche zwischendrin na komm her das wird jetzt auch als nächstes mit eingehäkelt hier rein einmal und dann noch drei Stück ins Stäbchen eins zwei drei und ich mache an den Ecken immer gerne Luftmasche dann nochmal eine eben rein weil wir jetzt hier unten an der Reihe sind und dann einfach in den unteren Teil noch der vorherigen also der anfangs Luftmaschenkette einstechen wie man umhäkelt das wisst ihr ja sicher alle also eigentlich brauche ich es euch nicht zeigen das sieht dann so aus ich muss sagen mir gefällt das Muster eigentlich schon irgendwie gut aber irgendwie ist es auch gar nicht meins ich weiß auch nicht ob ich es wirklich mal für irgendwas benutzen wert ist fraglich also für ein Ding werde ich auf jeden Fall nutzen deshalb zeige ich es euch ja mit unter auch klar erstens zeige ich euch so oder so die Muster und Techniken aber gerade jetzt sind es ja so viele auf einmal weil ich ja damit auch etwas vor habe von daher irgendwann kann man die hier abschneiden von daher zeige ich euch jetzt gerade wirklich so viele auf einmal weil ihr wisst ja sonst war es eigentlich abwechslungsreicher bei mir mal kam sowas dann mal wieder ein Dreiecktuch dann mal wieder eine Mütze oder so aber das hat schon alles so seinen Sinn wie es sein soll von daher dürft ihr euch überraschen lassen und gespannt sein was dann da kommt denn ja beziehungsweise ich hoffe auch sehr dass es euch gefällt aber ich denke oder hoffe doch mal schon von daher bin ich echt gespannt eins zwei drei jetzt kann ich euch das gerade nochmal schnell zeigen ich habe die drei in das Stäbchen und dann eben hier nochmal dazwischen wo hier wo das lila angeschlungen wieder ist immer wo man immer die die Kettmasche hat dann sind es nämlich vier und nicht drei feste Maschen dann wieder drei ins Stäbchen zwei und drei das muss man dann natürlich wirklich noch richten und spannen damit es dann auch wirklich ordentlich aussieht ihr seht wenn man das zurecht drückt dann schaut das eigentlich echt gut aus und es ist auch schön gerade den Faden noch mit dahin ach doch nicht schon wieder ein Stäbchen Mensch Kind was machst du jetzt machen wir den mal noch schnell zu Ende ist ja jetzt gleich fertig eins zwei und drei und hier oben könnt ihr euch überlegen lasst ihr das so oder häkelt ihr dann da eben auch nochmal drüber dann wieder dazwischen dann wieder drei in das Stäbchen beziehungsweise hier habt ihr ja keinen Querfaden eigentlich wirklich weil hier habt ihr ja die Wendeluftmaschen eins zwei beziehungsweise doch klar alle zwei rein ich bin schon langsam mein Hirn ist gerade irgendwie echt matsch und dann hier noch die letzten und dann haben wir es geschafft wie gesagt das muss dann halt noch gespannt werden müsste und ich habe es auch jetzt ziemlich fest gehäkelt muss ich zugeben von daher ja gut aber ich würde sagen das war es dann für heute ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ich konnte es euch verständlich genug erklären wenn ihr noch andere Ideen habt um den Rand zu verschönern oder so dann immer raus damit ihr wisst ja ich freue mich und dann würde ich sagen ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen beim Ausprobieren und beim Üben habt ein schönes Wochenende noch einen schönen Tag bleibt mir ja gesund und bis zum nächsten Mal bis dann tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.